Hallo SONO! Na, wie geht's? Hast du alles nachgeholt? Moment, warum ist hier ein... Das Grau? Oder soll das Gold sein? Ich hätte ihn gesehen, hätte ich ihn gesehen. Wenn er nicht jemand von der Schule ist, würde ich ihn nicht sehen. Ich glaube schon, ja. Ich kann dich mal be... Hä? Warum, Xan? Was ist? Warum kann ich dich mal? Ein Mann hat eine Haare? Hast du mir versucht, eine Ghost-Storie zu erzählen? Oh, du bist nicht. Nein, ich habe niemanden gesehen, sorry. Wenn du jemanden fragst, solltest du den alten Mann auf dem Wasser fragen. Er läuft viel herum, also ich denke, er hat viele andere Menschen kennengelernt. Du hast eine Ahnung, wo du eine Angel-Statue finden könntest. Ich bin sicher, dass es in einem Ort luxurig ist, bei einer Nacht oder so. Ich weiß gar nicht, was ich noch mehr sagen kann. Aber das klingt, wie es etwas Sinn macht. Oh, wow, Xan ey. Oh, die Woli. Und du kriegst dir so viele Möglichkeiten im Spiel, aufgezeigt, was du alles machen könntest, um Social-Links und wahrscheinlich auch deine entsprechende Personas und so zu finden. Das ist einfach... Du kannst nicht in einem Play-Through sinnvollerweise alles machen. Ich kann eine Zeit für Social-Links nutzen, zum Grinden, zum Angeln, zum Lernen etc. Ich habe nur eine gewisse Zeit dafür. Ach, das findest du, dieses Zeitmanagement, findest du so interessant? Oder meinst du, dass ich... Also, das sollte ich auch kommen ein damit. Du kannst niemals sinnvoll alles machen. Garmin is more head, what is that some kind of new fashion statement? It got me. Nochmal kurz nach oben, vier Nachrichten. Ja, ich könnte Zeit für Social-Links nutzen, zum Grinden, zum Angeln, zum Lernen. Das ist ja nicht allzu schlimm. Und ich kann euch halt skippen. Ich habe es erzählt, bevor du es geschrieben hast. Ich habe eine... Was du sch... Oh. Oh, Ben, I caught a glimpse of your test scores. You really gave it your all, didn't you? You don't get scores like that through any normal method. So, as I promised, here's a little something from my collection. Oh, Chesty. I'm looking forward to your next test, Ben. You must continue to edge your mark into history. Oh, perfect timing, Ben. Can I look to you for some assistance? Sure. That's very kind of you. Allow me to explain. The truth is, I need some materials to build a new dowsing rod. The rod I've been using seems to have stopped responding to my power. That's why I thought it might be best to construct a new one. But the special objects can only be created from special materials. You know, anywhere you might be able to find rare raw materials, Ben. If you do, perhaps I can reward you with something from my artifact collection. I have some very special things you never find in stores, even the angels that you have. So, what'll it be? I might know a few places. Aha, then fate guides our hands as history cocks turns. I'd like you to find me a suspicious pole if you can, please. I'll see you next time. I will see you next time. Oh, okay. Dies habe ich überlesen. Ich mag das Zeitmanagement-System. Okay. Okay. Das Zeitmanagement-System ist eher das, was mich nervt. Ich würde kein alles machen. Ich bin so jemand, ich will alles weiter machen. Ich kann mir mit dem Spurtdus rumhängen. Mit den hier muss ich reden. Die haben... How are you fairing? Achso, Damon Statue. Ah, ja, blablabla. Die haben wir schon. Ich scheint ein bisschen hier rumfragen zu müssen wegen den Leuten mit dem Hut. Sollte mir nicht die Dame auf dem Dach helfen können? Die sieht doch mal, wenn irgendjemand reinkommt. Hallo? Was ist denn da einer von deinen Klassen mit dem Influencer-System? Was ist das Problem? Ich kann es hier sehen, dass man hier auf dem Skull sieht. Es ist gut. 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 Wird. also ein Spiel, wo man viel entdecken kann. Wo man, vor allem auch jede Arbeit die ich mache. Ich hab ja den Kindergarten Arbeit gemacht. Die Arbeit hat tatsächlich auch wieder was. Also so eine mini-Story erzählen, ich vermute mal die anderen Arbeiten, die man machen kann, werden auch mini-Stories erzählen. So, ihr Testreter, das Being from the City must be advantageous, the quality of learning you get there is different, isn't it? Wat, warum? Warum soll ich denn in der Stadt besser lernen, als auf dem Land? You just raised your grades so easily, I'm jealous. Ich hab gelernt, du... ...flöde Tante, ey. You, I'm so glad that the tests are done, I won't have to hear King Moron scream anymore. Always saying stuff like, I hope none of you are planning to skip college. It's just unnecessary, man. It's not like schoolwork helps you much in your daily life, right? Or the complicated math and such. I mean, seriously, when I'm doing... When am I going to need to figure out a multiplication matrix or the area under a curve? Und, geseam, wie weit bist du eigentlich schon gekommen, wenn du jetzt auch Persona spielst? Ist irgendwann ein Klass noch oben. Und, geseam, hier dran. Aber hier... Announcement room. I don't have anything to announce. Computer lab. Das war, glaube ich, die audiovisual room. Gerade Josuke besiegt. Wo im Original ist jetzt Josuke, ne? Also irgendwie ist das U häufiger in dem japanischen Namen stumm, was wir so wie ein U reinschieben. Weil auch bei Naruto ist ja Sasuke und nicht Sasuke. Ne, ich will jetzt nicht mit einem Sportleut rumhängen, glaube ich. So, und du hast noch was zu erzählen? Ah, w-w-w-what? Oh, du bist der Trenchmanstudent, Ben. I must have made a mistake. This is your shoebox. The female student ran away. There's something in your shoebox. It's a note. Excuse me for writing this to you out of the blue. I held my emotions back all this time because I didn't want to disrupt your studies but I just had to tell you I love you. It's a very moving love note. However, it's actually addressed to someone else. Apparently the girl put this in the wrong shoebox. Perhaps she's the one who wrote the Emma request the fox showed you. You should talk to her the next time you see her. Wow. Maybe Stu? Man buying all the materials to pull off. These Pranks can be tough on the wallet. But Shiroku got your back. Whenever it rains, they always have a big sale. It's best to stock up in the rain so you are not strapped for cash later. I don't know if you're helping me, right? Let's go back to the... Ah, we're going back to the sport, right? Or... Well, it's probably better training. Have we ever seen the people who've made the culture club for? Oh, we're also done now in the culture club for. I thought I'll be here in a sport club. Where do I still have a lot of people... I'll have to see how many Social Links I really want to pick up. So, investigation team, I'll just play the UFC in the main place. Priestess, Yukiko ist mir relativ egal. Kreatorou, Dojima, Herofans. Die Herofans waren die, die ganz gut debuffen. Priestess waren das Heiler. Spielst du VERY HARD? Oh. Naja, viel Glück, Son. Ganz so easy fand ich's nicht. Zumindest die Bosse. Also die Bosse sind halt ein harter Difficulty Spy. Ich weiß nicht, wie sehr die sich verändern, wie sehr die skalieren. Aber da wünsche ich dir viel Spaß. Mir fahren normal schon schwer genug. Du Angeber. Auf jeden Fall, hier Chie will ich auf jeden Fall dranbleiben. Weil ich glaube, die Chariots sind schon ziemlich geil. Justice, Nanako. Nanako würde ich einfach nur dranbleiben wollen, weil es Nanako ist. Der Fuchs. Die Hermits. Ich glaube, Stärke sind mir ziemlich egal. Also ich würde sagen, Chie... Chie, Nanako, Mary, Fuchs sind meine... Ich könnte mal wieder mit Mary machen. Ich brauche aber einen Aeon Arcana. Ich glaube, ich habe keine Aeon Arcana. Ich glaube, ich habe keine Aeon Arcana. Chariot. Sylph. Ah ne, das ist... Oh, das ist Temperance. Cool. Magician. Justice. Ich habe sogar einen Justice. Ich habe sogar zwei Magicians aktuell. Ähm... Ja. 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 Schick. Temple. Ja. Ne, du musst zum fusion vorne. Die Liao Abi weiß ich nicht. Keine Ahnung. Musst du googeln. Kling Amn Level Cum cantik. Wenn & novels tiene Ghost hurricanes 일이 LIunter. machen denn priestess er hat die ukiko dann drin im kris jakshi den kann ja nicht nur rausgegraut ich habe 16 ist oben die fondata fortuna das ist ein temperance sind auf deutsch rückhaltung aber noch niemand von tower und jester ist noch was anderes als der fool ihr eon okay die wollte ich sowieso bauen von daher muss ich auch noch zwei level ups ach shit da muss ich leveln gehen das wollte ich heute eigentlich nicht check on dwellers listen to mary's request look busy right now i can't ask you a favor now come back when you have time okay you're currently investigating you should come back later okay mit ihr sowieso nichts tun aktuell ja gut ich glaube es kann sein dass sie randomisiert sind aber sie haben bestimmt bestimmte veranlagungen denke ich ich habe gesehen ein girl that looks exactly like me you seen you see she is my twin sister as soon as school ends she wanders off somewhere i wonder where she is we are the same so we should be in the same place goodbye off today to a good one so yeah let's see the rest okay here's ukiko wieder oh you think we should look for the boy we saw around tatsumi texas hmm okay got it okay wir suchen immer noch diesen komischen jungen da do here now it's biker gangs i mean really biker gangs that's what it's like out here in the sticks i wonder who's doing it maybe it's the kind of people who say things like radical punk and daddy genau diese drei worte die machen sich zu einem biker das spiel macht mich ein bisschen fertig manchmal so soll den alten mann fragen haben wir gesagt aber beim beim fluss things on tv kid these day she i bet the one who went on the rampage was probably that kanji from tatsumiya simply deplorable he used to be such a kid he was a kind boy when he was a child übrigens ex-san we have already seen that kanji is still a black man, his shadow person is definitely on the other side in the highway a while back they were racing their motorcycle in the middle of the night seeing as i aim to become the motorcycle racing king of inaba the glimpse of the wild sight they present was fascinating and to think a man should be dignified even when riding a motorcycle was war an dignified shit ich muss doch sitzen und kann ich nachgucken und und würdevoll Ein Mann sollte würdevoll sein, auch wenn er ein Motorrad fährt. Those roaring engines are annoying, aber es steht should be, nicht is. Nö, das ist schon cool, right? The man in music of exhaust noise is seriously cool. Diese Art von Zeitmanagement habe ich damals in Final Fantasy 13.3 zum ersten Mal gehabt und ich habe es im ersten Durfdorf gehasst, aber seitdem finde ich es eine ganz gute Challenge. Vor allem erhöht es den Wiederspielwert, weil du halt deine Tätigkeiten ändern kannst. So, check. There is no reason for you to be here right now. Mailbox. It's a mailbox. Okay, in der Mailbox kann ich irgendwie nie was machen. Gut. Dann geben wir mal zur Riverbank. Leave the Shopping District. Fat plane. Da ist, ne, durch die alte Frau, wa? I'm wearing a hat, oh my, he's on fashion level, but I haven't seen anyone wearing a hat around here. So, hier unten? Alter Mann? Do you happen to have a fishhook? You don't? I'm not surprised. Hm, why is there no hook on my line? Bitte fish take it the last time I went fishing? I can't remember anymore. Okay. Okay. Irgendwann brauchen wir einen Angelhaken. Ich werde nicht mal einen Angelhaken herkriegt. Would you mind listen to me for a second? Me and my older sister, twins, siblings, everyone always say that we look so much alike, but... Just been imitating... Ah, okay. Ich habe ihn schon gefunden, aber... Der andere fragt mich auch, ob ich sie gesehen habe. Aber ich kann ja nicht sagen, dass ich sie gesehen habe. Okay, Gio und der Typ. We like cats. Okay, das ist ziemlich wurscht. See, we gotta find that boy, right? Okay, here we go. Wo bist du? Du hast auch eine Quest, ne? Äh, Lickerstore. Ich wollte irgendwas aus dem Lickerstore holen. Okay, soviel zum alten Mann am Dingensbummens. Habe ich also auch nichts gefunden. Dojima Residence. Okay. Junes Central Shopping District. War nix. Geben halt doch wieder zur Highschool zurück. Und hängen mit den... Das einzige, was ich heute machen kann, das Gefühl, mit den Dingens rumhängen. Mit den Sportjungs rumhängen. Der sucken zu sind. You're going to practice, right? You feel rational with the coups, being coming closer soon. Will you attend basketball practice afternoon? Oh, to practice. Ah, dann gehen wir halt to practice. Gami Hydra. You attended basketball practice. Your diligence has increased. Huh? The others already left? No, 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 no. This is exactly why this team is... Whatever. Hey, good news. You're getting a team manager. Now you guys won't have to take turns doing all the work anymore. You can thank me later. Go on, use yourself. Oh. Great, you can take it from here. I'm going home. I'm gonna tell you guys straight up, I'm not lifting a finger for this team. What? Nete Dame. I wouldn't be caught dead watching out for a bunch of sweaty guys. Huh? Then why'd you... I've missed too many days of school, but they'll let me move up if I manage a team. But don't expect me to put any effort into it. For the most part, I'm not even gonna be here. Goodbye. Well, see ya. Oh not. Du bist ne ganz schöne Schlampe. That's about what I expected when I saw AI here. So much for having a manager. Alright. Anyways, I'm hungry. Let's grab some food. Central shopping district. Chinese dinner AIR. Man this place has been calling to me in my dreams ever since I had to bail on you guys last time. How'd it go? What, the dream? Ah, you mean her family? Well, it's complicated. Who's laughing? Bezuke told you all about it, right Ben? The family is pretty interesting. Arranged marriages for political gain are pretty standard with us. The other day I was greeting people at one of those high society gatherings. Can you imagine me at one of those things? Hmm. I think it fits in it somehow. But I think when I say it, it's not happy. I can see that. I think it fits in it. So you can tell how refined I truly am, Ben. Loves jokingly. Anyways, if you ever run into anyone in my family, don't tell them I eat here or talk like this. At home it's nothing but studying, tea ceremonies and lessons. To them I'm the prim and proper Kusama. Kusama? Yep, that's what they call me. I know it sounds crappy, but hey, they feed me and give me an allowance. I need to do my part too, you know. I don't know, man. Ah, it doesn't matter, it might all be over soon anyway. We are an old-fashioned family, so the Ichio name has been passed from generation to generation. But the last May of the family, my dad didn't have any kids to pass the name onto. He? My dad didn't have any kids to pass the name onto? Is Kuh a woman? What? Well, they weren't going to let the Ichio name just up and die, so they... Ach, adopted me! Oh, ja, das erklärt. Then what do you know? My dad ended up having a kid after all, a girl. I guess you could say she's a little sister to me. Her name is Sachiko. She's almost two and she's really cute, you know. Who tries to sound cheerful? That's good for you, cheer up, man. Cheer up, come on. I've got more cheer than I know what to do with. See, just look at me. Vince. Ich glaub, das ist nicht echt. It's better this way. Becoming a successor would be a major hassle and really it should go to a blood relative. So scheißegal. Sorry, I didn't mean to put a damper on the mood. Come on, let's... Hm. Yeah. Your hard to hard talk with the players showed you Daisuke and Kuh's trust. Level up in Strength Social Skills. Das nutzt mir da dann noch nicht viel. I just... Just forget I said any of the stuff. Oh man, did I tell you guys about the one in the middle? The windshot I made. Oh. Practice talk. Saying goodbye, you decided to go home. You're back. So you're home. About the thing I asked you before, have you seen Adachi at Junes since then? Uh... I haven't. I've heard more and more reports of him being seen just sitting around at Junes looking bored. I guess we should go to Junes. They find out he's been shrinking work. There's no telling what kind of trouble he'll get into. It's potentially at Junes you tell him that. The next time you go to Junes you should be on the lookout for Adachi. Can I talk to Nanako? Okay, I can't. Hey Ben. They say you did well on the last exam. I heard about it when I was investigating. It's great to see you are taking care of your responsibilities even though you just moved here. I need to act like an anchor every so often and give you some spending money. But don't spend it all in... Nah. You can use it however you like. Oh. 20.000 Yen. Yo. Thank you. Hey. How's it going? Oh, um... Well, maybe that wasn't the right line. He's trying to find the right words. I don't consider myself an old man yet, but when it comes to high school, I don't know what to talk about. You can't communicate well with Dojima. If your expression was at the level of eloquent, you'd be able to carry in conversation. Okay, we need for him expression. There's a chilled gulping melon. Cream soda. Drink it. Drink it. You powered down the entire bottle in less than a minute. The sweetness of the melon perfectly matches the taste of the cream. Cool, is it better now? I'm gonna have something to do with you. I can't sleep or study. I study. Let's do. Let's study. Your knowledge is increased. Knowledge is increased. Okay. What? 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 The Why? Ich muss wirklich mal alles durchgehen. Wahrscheinlich auch alle Ebenen hier und sowas. Weil ich hab mich alle schon gefragt. Hey gang, there are sure a lot of people who have nothing better to do to make trouble. Well, if they don't bother me, I don't really care. Even if they are noisy, I can still sleep through it. Okay, then I guess I go home. School is a lot more irritating than any Biker-Gings anyway. A little bit running ahead. No, I haven't seen him. Well, that looks like what you say. He should stand out. Maybe you should go somewhere with lots of people. Okay, there are the Junes. I guess. He is beschäftigt. Let's do another house. That's E.I. Katana. Amazing. It's so light, yet so easy to swing. I beg you with my life. Please exchange that E.I. Katana for the weapon I made. Ich glaube, ich kann das E.I. Katana neu kaufen. 12 Exchange. Cleaning Mob. Das ist gar nicht soo scheiße, wie ich dachte. Aber fuck you. Ah, man. Es ist mehr schwer, wenn ich nicht so mag. Nein, niemand kommt zu mir. Das ist gar nicht soo. Can you believe those Biker-Gang following people like that? Who do they think they are? It makes it look like we live in a bad neighborhood and those guys probably don't even care. They're just like Kanji-kun. Ich bin für das guys mother. Wow. What's the big deal? Those guys are just doing the thing. Haven't you ever wanted just to ride away in the wind? Don't get me wrong. I'm not defending them or anything. What was for here? Society, blah, 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 blah. Oh, da hinten ist noch ne Quest. Quest! Henry and Guy, we are allowed to wear hats to the school? I don't think I've seen anyone like that. Got a little problem, to be honest with you. Think you could hear me out? Thanks. Where that thing is, my dad suddenly started making these plastic models. That's fine at all. He can do what he wants, but he got glue all over my desk. Fitting board. I can't put anything on my desk anymore. I want to replace it, but I don't have a fitting board. The lumber store in the shopping district closed down too, so I really don't know what to do. I think I can help. Wow, really? Can I count on you then? He might get glue on it again, so a thin cheap one is fine. You're the best. Desk refurbishment. That way, I don't think I can use this. I don't know, we're not in the meantime, but there's anyone that's used for using the Why also, I don't have to get confused. Let's go to the event. Unlocking room for the drama Club. Let's go to the notes. I don't know, We don't have to have to be used. Actually, we have to wait to meet the culture club, super close to the month, I'm not in the club, we have the conference, huh? Ist hier noch irgendwer? Was treibt dich so? The students are gossiping loud. The arm are finally free from moral hell. Miko, we are being singled out, aren't we? We have to be careful that he doesn't call us out. I don't know what I hear. None of the students who were sent to the remedial classes will talk about what happened there. What's up with that? What are you talking about? They won't say. That's why I don't know. It's so creepy. That's the music room by the symphonic band. The door is locked. I think I would the band beitreten, if I could. That would be cool. Do you have a device? I don't have a person like what we sent out. I don't have an average fire. But anyway, I don't have an average fire. I don't have an average fire. I don't have an average fire. The way I can go back to the building. Can I just go back to the building? Ich habe eine wundere Fragen, meiner Meinung nach. Okay, gehen wir zu Junes, da waren wir gestern nicht. Da ist er doch. Oh, es ist dir. Was ist das Problem? Kann ich dir helfen? Was machst du? Aber es sieht aus, wie ich arbeite. Es ist einfach, hier mit allen Leuten zu beschäftigen. Es ist cool im Sommer und warm im Winter. Es ist ein ziemlich gutes Ort. Ja, ich glaube, ich habe genug gesagt. Es sieht aus, wie ich schlafen. Ich habe mit dir auch. Oh, das ist ein bisschen strange. Was sind wir hier? Killing time? So, es ist zu tun, hier in den Sticks. Es ist zu tun, hier in den Sticks. Es ist nichts hier. Es ist nicht wie die Stadt. Ich kann sagen, das wiederum. Es ist nicht so gut. Aber du bist von der Stadt, auch. Du findest schon genug, dass die Stadt wirklich ist. Es ist das. Mein erstes Assignment hier war Tracking down a Cat. Mein Süd got so dirty, und sie würden nicht lassen mich expanse die Drycleaning bill. Next, I played Peacemaker in a Spad some married couple has having. I can't believe they've got the police doing that stuff. I'd actually seem unsatisfied with Country Dive. But it's been more dangerous lately, so I can't kick back. That one case, you know, it's still not solved yet. The higher ups don't know what to do. They keep changing procedures on the fly. Oops, I hope I'm not making you nervous. You guys have nothing to worry about, you know. Us police are on the job. Present Akaji cares for you. You feel you understand Akaji a bit more. Es hat auch wieder einen Social Link, Adachi. Was bist du denn für einen Social Link? The Foul Anser? So. So are they, and I am the, the who is a new born, that bring thee closer to the truth. So shalt be blessed when creating personas from the Jester Arcana. Ah. Huh. This is the, the now. Establish the Tarot Adachi social link of the Jester Arcana. I have to go back to work. What's that for a, why do you think I'm hiding from the old woman? Phew, that was close, but Actually doesn't seem to want to see that old woman. See ya. Let her go. You hurry on home too. Okay, that's why I have my Nachmittag for, Don't tell Dojima's son I was in June, okay. Hmm. Why should I go back to work and go home? Ich hab den alten, den, den Ding jetzt immer noch nicht gefunden. Ach shit. Welcome back. Oh, ich kann doch was miteinander kommen machen? By Nachts kann ich ehe nicht zu ... Kann ich nachts? Kann ich nachts? Kann ich nachts? Nee, kann ich nicht zu Juni! Okay ... Na Moment, ich kann nachts nicht zum Juni gehen. Dann können wir auch was mit Nanako machen. Gibt's da was zu essen? Äh, da gibt's nichts zu essen. Na gut, dann machen wir was mit Nanako. Looks as if she is not doing anything. Since you have Archange Personals adjuster, you turn around to get along where you feel like Nanako is wanted. You will spend the evening with Nanako. Yes. Spend this Nanako while Nanako. Spend a precious moment with Nanako. So, you feel your rationale is going to become closer soon. Okay, das ist ja nicht so und ich... detailliert. So, ja, ja, ja. Wir können eigentlich direkt hier... Go to town. Und wir gehen zu Junes. Ah! Is that something you need? Many people from the town come and meet here. It's a very convenient location, isn't it? Wasn't this the boy who met Kanji some time ago? He may know something about Kanji. If you are asking if anything seemed strange when I spoke to Kanji-kun, yes? Hm. Very well. Seems to be an urgent matter, so I simply tell you. If you are asking about recent events, then yes, there was something out of the ordinary. It was something I felt when I was with him. I told him outright that he seemed to be an odd person, but I said that his expression changed all of a sudden. I was quite surprised. On that basis, I believe his actions were somewhat forced and unnatural throughout the time I was with him. He may have some sort of complex, though I have no proof of this. Seems Kanji is a complex or something of that nature. Kanji's purported reaction to the phrase odd person. Maybe this is enough of a clue for Teddy to go on. You should report to Teddy as soon as possible. Okay. Ähm. Wir gehen aber nochmal kurz in town und kaufen mal nochmal neue Waffen für den 20.000 Yen, die wir haben. Würde ich mal behaupten. Jetzt verdoppelt halt hier die Defense Survival Guard. Und dann oder? Jetzt der Montag Equip, Lace Bluset. Können wir verkaufen jetzt. So, Chill. Wir kaufen auch einen Survival Guard. Und wir verkaufen auch die Chainmail. Yozuka, ebenfalls ein Survival Guard. Verkaufen die Chainmail. Für mich reicht es nicht mehr. Für mich reicht es nicht mehr. Wir haben jetzt mal zumindest unsere drei Mitstreit-Header für mich zuerst. Was nehmen Sie mich vollidiot. Wenn ich genockedownt werde, dann sehe ich eh das Game vorbei. Schade. Habe ich nicht dran gedacht. Ähm. Oh mein Gott. Oh, sie hat doch die eine Quest, wo ich mit dem Mädchen reden sollte. Wir gehen noch mal kurz zur Highschool. Ob ich die wieder finde. Ich bin nicht dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Nichts. Nein. Mit der will ich nichts zu tun haben. Okay, nein. Du bist auch nicht. Sieht alles mit Mädels aus. Ich weiß, wofür brauchst du denn einen... ey, einen Schornstein? Kannst du das? Du redit es. I saw your Exum scores. If you keep standing out like that, it won't be long before the flower of your romance really starts to bloom. Adialoxidi. I bet your name will be on the tip of everybody's tongue now, Benson. I was in the top 10. Yeah, I'm very excited. Okay. Welches Mädel war dat? Du wirst logischerweise nicht. Du wirst eine Lehrerin. My mom told me to make curry for dinner not too long ago. But once I got started, I realized curry rouse was missing, can you believe it? So I boiled it and managed to thicken somehow. It would have been nice to have been prepared now. Es ist ein Spiel, bei dem du als Oberschüler deinen Alltag managst, im normalen Leben, in der normalen Welt. Und gleichzeitig hast du die Fähigkeit, durch den Fernseher in eine Parallelwelt zu gehen. Und dort kämpfst du gegen, also geht's so bisschen darum, dass jeder Mensch eine dunkle Seite hat und die manifestiert sich dort in Form von sogenannten Schatten. Und nimmt halt eine Form an, die halt deinem, deinen unterdrückten Gefühlen sag ich mal vor allen Dingen entspricht. Oder Sachen, die du dir selbst, über dich selbst verleugnest und solchen Sachen. Und dort kämpfst du dann so ein bisschen wie in so einem Pokémon Final Fantasy Runden-Strategie-Kampfstil gegen diese Schatten. Das ist es glaube ich ungefähr. Und du sammelst natürlich jede Menge davon. Also wir können mal hier, ne Persona, ich hab aktuell gerade sechs dabei. Könnte bis zu acht haben. Und hier das ist ein, das ist so hier ein Pferd, das kann, ups, das kann irgendwie Feuer schießen. Zum Beispiel. Oder, das ist ein Erzengel. Also, oder hier ist es halt, ne, ein Schneemann mit Mütze im Prinzip. Jack Frost. Und der antunnet sich auch dann weiter und sowas. Also, dieses Kampfsystem finde ich ganz geil. Und du hast halt so viele Optionen, was du jeden Tag machen kannst. Du hast immer nur jeden Tag einen Slot, ein Ding zu machen. Jetzt zum Beispiel die Option, deswegen haben die da vorne das Ausrufezeichen, mit den Sportlern zum Basketballtraining zu gehen. Dann kann ich aber nichts anderes an dem Tag machen. Und außerdem, gleichzeitig musst du noch für Examen lernen und sowas. Und musst aber ein bisschen deine Zeit halt managen. Und hast halt unglaublich viele Optionen, Dinge zu tun. Welche von den Mädels war denn das? Was hast du das? Oh, aha, what do you... What am I gonna do? My excuse to go to the library is gone. I keep going in there without a reason. People will probably think I'm a weirdo. Viel Spaß in der Küche! Ich hab's nicht wieder gefunden, das Mädel. Außer sie ist auf dem Dach. Ich hab's nicht wiedergefunden. Das mit auf dem Dach gehen, ist auch so ein japanisches immer noch. Dass die irgendwie auch dafür gedacht sind, dass man aufs Dach geht. Okay, hier kriegen wir einen Wetterbericht, das ist uns egal. Wenn wir jetzt mal das gleiche aneinander fragen. Kannst du da wenig knuddeln? Okay, dann go into town und Junes und wir gehen zu Teddy. Ich würde sagen... Entweder are you eating your vegetables like a good boy. First. Good, good, keep it up. Everything is delicious during spring. Make sure you eat tons of vegetables. Let us do. Welcome, welcome. Anyone interested in some fresh vegetables and seedling for the garden? Oh, what is, mister? I don't have any that many left. Right now I can give you tiny soul tomatoes for 800 yen. Yes, please. Please talk of the wire, so feel free to make... Okay. Letztesmal... Ich hoffe, ich kann nicht diesmal anbauen. Letztesmal hab ich die verbraucht. Und ich würde es eigentlich gerne anbauen. Es wurde eigentlich gesagt, Saat für den Garten. Moment, warum ist der Fuchs hier? Ähm. Ähm. Ja. The mysterious fox you encountered at the shrine is seen next to you. Could it have followed you without you noticing? Woah, where did this guy come from? Dude, it looks scary, too. Oh, this apron. I think I've seen it at the shrine before. Yep. It told everyone about your encounter with the mysterious fox. Huh? Curious with leaves? Huh? Co-operate with us? Yep. Are you serious? So it wants money in exchange for fixing us up? What's with this guy? It acts like it understands what we're talking about. Yep. It jipped again. Maybe it really understands what we're saying. But when you think about it, that means the police on duty and whatnot didn't find this fox, right? Why? Why? Why would the police do a fox? If it followed after us, then it really is something. Fox gave a confident crime. Fox gave a confident crime. You think it really understands us? What should we do? Well, I'd feel bad if we trapped it. It doesn't look like it'll do us any harm. What do you think? Let's let it help. It can do what it wants. Let's show it away. Let's let it help. Yeah. And thinking about what happened at the shrine. Don't you think this curing would be a big help for us? Yeah. Are you suggesting we take it into that other world? Hmm. Ah, we're getting now a healer, or a restore, if we go back in the TV world. Hmm. I guess that might work. It doesn't seem like it's going to leave that easily either. And I definitely don't want it being all sulky and getting up to mischief in the store. Fox looks satisfied. You decide to let the fox do whatever it wants. You should try taking it into the other world. Well, let's do it right now. Confirmed situation. First Yukiko, now Kanji Tatsumi. Could it be that they are just involved in the case? Maybe it has something to do with our school too. Who knows? Just add it to the pile of things we don't get. But man, that Kanji, it was total chaos on that show. He seemed like such a badass before too. Kanji, we should concentrate on saving Kanji-kun before the fog appears, okay? Yeah, yeah, you're right. We gotta start from there. Check the weather report and the TV. Let's go. Let's go. Let's enter TV-sun. Let's go. Let's enter TV-sun. In the end, he followed you all the way here. However, he seems not to mind the strange atmosphere. Hmm, what's that weird thing with the red apron? Hmm, Sensei's helper? Amazing Sensei sure knows so many people. Nice to meet you, Mr. Fox. Let's pose to our best. Ask for him, pat his head. Don't pat his head. He doesn't seem too upset. Fox gave you Peach Seed. What do you think about Peach Seed? Ah, 20 people have HP. So, if it's more something else. Uh, we're helping. Ask for him is like Bullshit. Ask for him, I don't need him, right? Oh, you found out more about Kanji! Yeah. A complex. That's it? Das ist alles, was ich aufhören muss? Du arbeitest mich auf die Stoffung! Oh, gut, dann werde ich meine Nase wirklich groß öffnen und schniff wirklich hart! Hm... Oh, ich denke, ich habe etwas gefunden! Es fühlt sich wie unser Ziel! Ist das alles? Seid mich! Ähm... Wups, das wollte ich nicht. Okay, ja, doch. So, ich wollte... Es ist einfach, liebe Magie! Ist es nur ich, oder ist die Fliege hier ziemlich anders? Ja, schon irgendwie. Meine Fliege fliegen. Es ist halt ein Badehaus! Mann, es ist heiß hier! Dieses Ort ist wie ein... Komm her, Pussycat! Hahaha! Oh! Such well-defined pecs! There's no need to be scared! Uh... Now, just relax! Wait a sec! I don't wanna go! Hahaha! Hahaha! Is Kanji-kun really here, Teddy? High School und ihre... ...Usexualität, ey! The nose nose! Tudum! We're really going in here? Oh... I can already feel the sweat rolling down my back! Was denn für'n Schweiß? Es wird Kanji-kun mögen, wenn da Schweiß auf deinem Rücken ist. That's because it's so hot! Dann umziehen! Badehosen! Wir haben doch ne Badehose gekriegt! Kanti's location has been pinpointed! All that's left is to rescue him! You should prepare yourself for the rescue mission! Wir brauchen Badeklamotten! Winter, Winter, Gag, Winter, High Jersey! We can't take that gag here, by the way! Okay, can I go away? You need to worry, this fog won't clear for a while. Evidence? I told you I don't know what that is. Is it tasty? Never mind, Ben. We're definitely gonna save him. We're definitely gonna save him. Remove from Prime in a moment. I have to say nobody can take him to the party. I can't even take Teddy to the party. We can't fight. In a Kanji-kun and a bath. I wonder what that could mean. Never mind. Outside, we'll do it flawlessly this time, too. Never mind. Okay, let's go. Let's go! This place is really steamy. Ah, so they explain why it's not so far. Before, there's always darkness. So why do I feel a chill down my fuzzy spine? I think I caught a cold. My nose is totally useless, too. Kanji-kun, where are you? Answer us! So. Ah. This is my Loot. Soul Drop. Oh. Geil. Ihr geblieben. Oh what? Die goldene Hand rennt einfach weg. Oh, wir haben neue Gegner. Wir haben neue Gegner. Wir können auf alle erstmal Feuer machen. Welche Person habe ich gerade? Eligor. Ah. Stimmt. Die war ja nur weak gegen... Ah. Ach wir das doch mal. Erstmal auf alle Feuer. Sehen, ob wir da was rausfinden. Nö. Bei dem würde ich wahrscheinlich auf Winz tippen, weil der andere war auch Winz. Nö, das ist nicht für den Sprach. Drei Enemies! Let's get through this! Ich bin jetzt. Wow. Just there! I couldn't do it. Oh. Und Eis? I'll finish it! Good move, Chia-chan! That's two! Und bei einer bin ich getroffen? Oder ist der... Ah, der ist dem gefangen. Noll. Und dann drauf da. Shuffle Time. Okay, in dem Land gibt es jede Menge neue Gegner. Hoffentlich auch neuen Stuff. Money up 2. Persona up. Changed to Arcana. Changed to Persona. Na, wir haben wir schon. Changed to Arcana. Na, wir können auch Money up nehmen. Wir hätten jetzt nochmal Changed to Arcana machen können für den... Ah, wir werden den Sweep-Bonus machen können. Für die nächste Runde. Ich denke mir jetzt wieder Kohle. Ähm... Und 120 XP waren das mal eben. Okay, ich vermute mal... Goldhähnchen ist weg. Magic Mirror? Da haben wir noch Musik, glaube ich, in dem Dungeon. Der winkelste Badehaus der Welt. Und... So, dann machen wir hier... Okay. Feuer und... Machen wir nochmal hier Wind-Test. Okay. Galactic Punt. Der haut den anderen weg und dann können wir den All-Out-Attack machen. Doll. Da kommen ja Techniken rein. Neues. Das Sport gibt es, denke. Aber wahrscheinlich gibt es dafür auch weniger. Half-Money. Und ich will mich G jedes Mal, wenn ich einen All-Out-Attack mache. Ja, ich sollte es unterlassen. Solltest du dann wahrscheinlich tun, ja. Das ist denn auf meinem Discord gerade. Lumi hat mich angeschrieben. So, wollen wir jetzt hier... Äh... Wir können eh nur 2 more kriegen. Von daher können wir hier eh keinen Speed-Bonus machen. Könnten hier eine Arcana mitnehmen. XP abmachen. Äh, Persona meine ich mitnehmen, nicht eine Arcana. Weil es voll immer einen Orange More gibt und Yasuke da irgendwie schwach... Ja, sobald ein Knockdown ein AOE, äh, kriegt sie einen One More. Also sobald ein Charakter einen Knockdown macht, weil jemand schwach dagegen ist, kriegt man einen One More. Also auch als Spieler. Ja. Deswegen sind die AOAs sehr, sehr stark. Und kosten ja auch 2,5 mal so viel wie eine einzelne Attacke. Einzel Element-Attacke. Von den Skillpunkten her. Hm... Yomotsushikome. Hier ist nicht so spannend, Yomotsushikome. Ich nehme gleich erstmal das XP ab. Wobei es nur ein XP 1 war. Das sind so viele, die auch nicht mehr... Sagt auch Xan... Achso. Das ist doch noch... Du spielst es auch schwerer. Von daher kannst du dir natürlich noch mehr... Deinen Knallen. Was die Gegner angeht. Oh. polizisten mit schlüsseln im bauch wir testen erstmal physisch gefühlt ist nicht so stark wind auch nicht stark feuer Die Feuer sind so schwach. Na geil, die Feuer sind so schwach. Und wo ist die Schlüssel? Sehr gut. So, change one to persona. Ich will noch entscheiden, ob wir dann Persona nehmen. Oh, die ist neu. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Neue Persona. Call Persona Lillam. Wir haben einen Teufel noch nicht gefunden. Wir haben einen Teufel Social Link. Ich vermute, dass wir wirklich zu jedem einen Social Link geben. Erstmal Kunden, bevor wir hier Tür offen machen. Was auf der anderen Seite? Das ist nämlich Loot. Und wow. Wollte ich die nicht nicht haben. Ich würde da hauen. Die hätten glaube ich Elektro... Elektro Schwachpunkt. Das letzte Mal. Hm. Ich würde da noch mal versuchen, ob die weiter Elektro schwach sind. Sind sie? Ich glaube ich werde sich nicht mit einer All-All-Attack töten können. Ich glaube ich bin ziemlich resistent gegen diese komischen Würfel. Ja. Habe ich vermutet. Habe ich vermutet. Wer ist das? Kritiker. Oh, zwei Criticals. Aber wir kriegen trotzdem noch eine Shuffle-Time. Da bin ich der Gegner gar nicht reingekriegen. Auch eine Shuffle-Time. Zwei mehr. Half XP. Aber wir kriegen trotzdem... ...nicht alle. Von daher kann ich auch... Na, machen wir mal ein bisschen Recover. Und eine Skill kann mir Recovern. XP von der Battle ist halft. Ranked Sword-Card. Sonic Punch. Und wir haben ein bisschen... ...bekommen... Okay, das Video ist der klassische Battle-Theme. Weil der ist gar nicht verändert. Moment. On the Stairs? Ah, da sind die Stairs. Animiert waren. Das war so super leicht von der Seite. Fick euch mal. Oh. Oh. Auf wir gehen. Okay. Ähm. Blight Resort, Nablus Carpe. Science is One Phone. Science sind wir erstmal einen rein. Ja, genau das ist das Problem. Hab ich nicht jemanden? Dispass, Panic, Fear, bla bla bla. Das ist wichtig. Das kriegen wir jetzt ganz auch die Fresse hier. So, haben wir Ice-Weekness? Gucken wir mal. So, haben sie. Na dann, Ice finischen. All out attack. All out attack. Die Schlecht-Armor-Varianten weg, ey. Babys mit irgendwelchen komischen Pfeilen. In roten Gesichtern. Auf meine würde ich die, glaube ich, sogar nehmen, weil ich würde gerne eine Ghoul haben. Und die Recovering. Ah, das ist so eine Ghoul. So. 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 So.